Hallo und herzlich Willkommen, ich bin der Ricardo und heute letztendlich wieder Spiller. Ich glaube die fünfte Folge. Und in der letzten Folge sind wir ziemlich weit gekommen. In den Dschungel, wenn ich mich erinnere, also in die zweite Welt. Und hier ist immer noch dieses Ding. Im Aufbau, zukünftiger Standort der Abkürzungsstation. Schrift dich mit mir an, am Ende der Minen, wenn du mir helfen willst. Der Tunnelmann. Und ich habe ja in der letzten Folge den Tunnelmann gesehen. Ich habe ihm vier Bomben, glaube ich, gegeben. Und er hat gesagt, dass ich es nicht bereuen werde. Was bringt mir das jetzt? Ich kann das nicht benutzen. Muss ich jetzt den wiederfinden? Muss ich das öfter schaffen? Wenn ja, wäre das schon ganz schön mies. Kann ich ihn jetzt spielen? I don't know. Ähm, ich bin heute mal in trouble. Fängt ja schon mal super an. Na ja, wenn ich es gut anstelle, was ich nicht werde, dann hoffe ich, dass ich es gut anstelle. Hä? Egal. Egal. Oh. Fallschirm? Der Fallschirm. Der Schirm öffnet sich im Fall automatisch. Habe ich den dauerhaft? Alter, ich konnte sie noch retten. Okay. Ich dachte, sie stirbt jetzt. Okay, sie ist weg. Diese Kiste gönne ich mir noch. Wenn man schon so viele Bomben hat, dann sollte man es auch genießen. Oh. Nice. So muss das laufen. Okay. Erste Minen geschafft. Hi. Danke. Tschüss. Drei Leben. Gut bewaffnet. Viel Geld. Einen Fallschirm. Der Fallschirm sieht übrigens aus wie so eine Unterhose, wenn man den aktiviert. Das Spiel entspannt teilweise, aber teilweise macht es auch rein fertig. Zu 10% entspannt und die anderen Prozent machen einen fertig. Jetzt kommt die schon wieder. Ich lass das mal hier. Tschüss. Bomben sind immer gut. Das brauche ich nicht. Ich könnte den jetzt gut umbringen, den Tippen. Aber das will ich nicht machen. Oh, hat geklappt. Ich dachte, ich hab gerade richtig verkackt mit der Bombe. Okay. Da oben ist wieder so ein Altar. Wenn man auf den Altar so einen goldenen Totenschädel drauflegt, dann kriegt man einen goldenen Affen, der Gold schreist. Der ist nicht OP, aber der ist süß. Vielleicht kann ich den euch noch mal zeigen. Wow. Oh. Diesen Mann kenne ich ja schon. Oh je. Von einer anderen Folge. Das ist aber eine andere Geschichte. Auch eine sehr traurige Geschichte. Oh. Der ist wieder so. Ich mag dich nicht. Die Kiste will ich nicht. Oh, ich muss da so. Äh. Was ist das? Oh. Jackpot. Was krieg ich jetzt? Ah, Geld! Achso! Nice! Okay, ich dachte, dass dieser Typ dann da rauskommt und mich tötet. Okay, wir sind im zweiten Level. Stehen ganz gut. Wie viel Leben haben wir? Hm, sehe ich gleich. Wir haben drei. Okay. Wir haben richtig viel Geld. Das heißt, wir können vielleicht später... Ich will jetzt keine Risiken eingehen. Was bist du? Was? Wie OP? Seit wann? Okay, Händler sind doch geile Dudes. Ich hab fünf Leben! Alter! Ich hab fünf Leben! Alter! Ich hab fünf Leben! Ich hab fünf Leben! Ich hab einen Scheine! Okay! Ich hab einen Scheine! Okay! Auch jetzt ist da gleich so einer, der springt! Du springst! Offen? Offen sind das aggressivste denn die sind ganz zu spiel. Oh, Bumerang. Was? Piranha? Warum Piranha? Bumerang oder Machete? Ich glaube, ich mag ihn essen. Äh, Bumerang meine ich. I. Ok, ich bin hier weg. Nicht der Hund. Oh Gott. Die Streiche der Affen sind bei unvorsichtigen Dschungelforschungen. Das ist auch mal okay. Und? Was bist denn du? Oh! Ok, da werde ich... Ah. Hab ich den Hund jetzt weggebracht? Oh! 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 Was bist du denn? Tschüss.